Musik Musik Mich beeindruckt es zu sehen, wie viele Kompass-Teilnehmer so einen totalen, harten Drang haben. Sie wollen unbedingt in die Ausbildung und sie fordern ganz aktiv ein, dass wir mit ihnen zusammen diesen Weg gehen, schon von Anfang an, von der Orientierungsweise ganz toll. Musik Musik Die beeindruckendsten Momente für mich sind immer die, wenn es klingelt, wir öffnen, und vor der Tür steht ein Kompass-Teilnehmer, ein Ehemaliger, der schon längst nicht mehr im Programm ist. Und auf einmal steht da vor einem so ein völlig anderer Mensch, hat man das Gefühl. Der hat sich total weiterentwickelt, der spricht auf einmal sehr gut Deutsch, der führt ein eigenständiges Leben, ist zufrieden mit seiner Ausbildung. Die haben dann immer einen Riesensprung gemacht und das finde ich immer total berührend. Ja, freue ich mich total, wenn die kommen. Musik Die offizielle Kick-Off-Startfeier von Kompass in der BMW-Welt damals. Davor waren echt ein paar Monate harte Arbeit von allen Seiten, bis das Ganze gestartet ist. Und ich denke so, der bewegendste Moment war wirklich, als die Teilnehmer auf der Bühne dann das Theaterstück vorgeführt haben, das sie mit Philipp Heines eben zusammen eingeübt haben, der uns da unterstützt hat. Und das war ein sehr bewegender Moment, die Teilnehmer dann so auf der Bühne zu sehen, wie sie das auf Deutsch machen. Waren alle total aufgeregt. Musik Also was mir wirklich nach wie vor sehr, sehr imponiert, ist die Einstimmigkeit, mit der wir damals 2015, im Übrigen im Frühjahr, den Entschluss gefasst haben, Kompass aufzubauen. Das wurde mitgetragen von allen Jobklinge-Mitarbeitern, aber auch von unseren Partnern, von den Gremien, aber auch von den Unternehmen unter öffentlicher Hand. Und ich glaube, wenn wir immer wieder hören, dass die Flüchtlingskrise das Land gespalten hätte, dann kann man sagen, Jobklinge hat es nicht gespalten, ganz im Gegenteil. Ich glaube, es zeigt einmal mehr das, was uns eint, nämlich die Überzeugung, dass wir Herausforderungen am besten begegnen, indem wir gemeinsame Lösungen schaffen. Musik Egal mit welcher Zielgruppe man beginnt zu arbeiten, hat man immer ein Bild, was nicht mit der Realität einhergeht. Und das ist bei jedem Programm und bei jeder Zielgruppe immer das Gleiche. Wenn man selber natürlich mit einem ganz anderen Arbeitsanspruch drangeht, was kann ich vermitteln, was kann ich gut vermitteln, verstehe ich die Zielgruppe ausreichend, um meinen Auftrag zu erfüllen. Und da ist Kompass nichts Besonderes, in dem Falle, wenn man das alles unter dem Gesichtspunkt sieht. Aber es ist natürlich was Besonderes, weil es eine ganz konkrete Situation eines Menschen, also weiter schwieriger und herausfordernder kann die Ausgangslage für diesen Menschen in den Anfangszeiten nicht sein. Und da denke ich, ist es immer gut, wenn man auch das nochmal als etwas Besonderes hervorhebt. Musik Für die Zukunft von Joblinge Kompass wünsche ich mir, dass unsere Arbeit in den Unternehmen noch viel mehr Offenheit schafft für diese Jugendlichen, für diese Zielgruppe und einfach noch viel mehr Bereitschaft kommt, Jugendlichen Türen zu öffnen und ihnen echte Chancen zu geben. Ich würde mir wünschen, obwohl es ja schon sehr oft stattfindet, aber dass wir noch mehr, weil ich jetzt eben auch im Klassik-Bereich arbeite, noch mehr Programme bzw. Aktivitäten zusammenführen zwischen Klassik und dem Kompass-Programm. Musik